Dabby! Ah, Missy Foo, wach auf! Missy Foo! Missy Foo, wir müssen uns beeilen. Der Alarm wurde ausgelöst. Jemand braucht unsere Hilfe. Missy Foo? Ich komme schon, Tati. Missy Foo, sieh nach, wer den Alarm ausgelöst hat. Ja, Tati. Tati, das ist so seltsam. Was ist denn los, Missy Foo? Es scheint, dass der Mond den Alarm ausgelöst hat. Wir sollten Herrn Monin anrufen. Na, nicht nötig, Leute. Ich bin schon da. Hier ist definitiv etwas faul. Es ist schon zwei Tage her, dass es komplett dunkel war, weil sich die Sonne nicht zeigt. Was? Haben wir zwei Tage lang geschlafen? Mhm. Und wenn wir so weitermachen, wird sich alles ändern. Was können wir tun? Öffne weiter das Portal. Wenn der Mond den Alarm ausgelöst hat, musst du dort hinreisen, um ihm zu helfen. Bist du bereit, Missy Foo? Ja, Tati. Leute, ich bleibe hier und halte Ausschau nach Hilfe. Saturn, mein Lieblingsplanet. Tati, Missy Foo, wir haben auf euch gewartet. Bitte kommt rein. Oh, mein Lieblingsplanet. Oh, mein Lieblingsplanet. Mach deine Augen zu. Schlafen macht Spaß. Ich träume von Abenteuer mit dir. Schau, Missy Foo. Hehehe. Sie sind da, sie sind da, sie sind schon da, sie sind endlich da, sie sind da, sie sind hier. Meine Kleinen, geht zurück auf eure Plätze. Verzeiht ihnen, sie sind ein bisschen frech. Aber auch sehr hübsch. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Sol ist weg. Wir wissen nicht, wo er sein könnte. Und wir müssen uns auch ausruhen. Wenn ihr wollt, könnt ihr durch das Teleskop schauen, damit ihr die Situation besser verstehen könnt. Wegen Urlaub geschlossen. Was? Die Sonne ist in den Urlaub gegangen? Mhm. Macht euch keine Sorgen, wir finden ihn und bringen ihn zurück. Aber wir wissen nicht, wo er ist. Sieh genau hin, Missifu. Er hat seinen Schwimmring vor der Tür vergessen. Und das bedeutet was? Er ist am Strand. Aha. Harmonin, wir brauchen deine Hilfe. Wir treffen uns am Strand. Mhm. Missifu, komm schon. Hehehe, das macht so viel Spaß. Hey Leute, ihr seid auch am Surfen? Wir sind hier, um dich zurückzubringen. Aber nur, wenn ihr mich fangen könnt. Wupp. Leute, das können wir nicht schaffen. Doch, Herr Monin, wir sind zu dritt. Wir können ihn umzingeln und fangen. Aber wir brauchen etwas, was durchaus schneller ist als ein Surfbrett. Hehehe. Mäh. Sehr viel besser. Fangt ihn ein. Das sieht cool aus. Entspann dich, Missifu. Ich werde ihn fangen. Nein, das willst du nicht, Daddy. Hehehe. Ha. Oh, nun, du hast es geschafft. Es tut mir leid, Mond. Jetzt sind wir aber an der Reihe, endlich Urlaub zu machen. Hm. Hey, kannst du mir helfen? Bitte. Hm.